Die Außenwelt ist ja sehr spannend, in der wir leben. Es gibt immer irgendwas Interessantes da draußen. Aber unser Universum, das wir in uns tragen, das kennen wir meistens nicht. Das ist unerforscht. Und da ist, wenn ich bete, bete ich immer darum, ich will mich selber kennenlernen. Ich weiß, dass ich immer noch eine Maske trage. Also es gibt ja mehrere Masken, aber eine Maske, da weiß ich, die ist so fest. Die ist mir bewusst, dass sie da ist. Aber ich kriege sie immer noch nicht weg. Aber ich weiß, irgendwann ist sie weg. Die Masken und all das, was wir in uns tragen, hat uns ja jahrelang beschützt. Und vor dem Schmerz, den wir vielleicht irgendwann mal erfahren haben. Und umso mehr ich in mir forsche, ob das jetzt mit dem Timeweaver ist oder im Gespräch, dieses ganze Wissen sammle, desto mehr komme ich mir näher und kann all den Verletzten anteilen, die kann ich versorgen. Denen kann ich meine Liebe geben. Das, was sie vielleicht damals nicht bekommen haben.